Und damit jetzt willkommen zurück Zu Place of Persia Ich habe nicht abspringen gedrückt Ich habe einfach nur an der Wand laufen gedrückt Fick dich Spiel Ja wir haben nicht mal ganz so viel Progress wie in den letzten Parts Klar 15 Minuten kosten ja 3 Minuten ne Aber immer noch glaube ich ganz okay Es ist nicht so dass wir nichts schaffen Finde ich Let's go Zack Ja the Edge kommt doch erst Oder willst du jetzt ein bisschen edgy sein Dummer Puma Humor Komm hoch Zack Ich muss sagen dieses hier im Quadratrennen finde ich ganz geil Das fühlt sich nämlich an als ob man was schaffen würde Also als ob man was geiles machen würde Auch wenn es nur A drücken ist So Halt dich bitte nicht fest Mag ich nicht wenn du dich fest hältst Hey this isn't easy Ja eigentlich ist das schon ziemlich easy So Ich denke mal bis auf den Rückweg dürfen wir jetzt noch fast alle haben Ich denke nicht dass hier jetzt noch viele kommen werden Da kommt noch eins Da kommt noch eins Und dann dürfen wir auch schon wieder fast auf dem Genau Jetzt sind wir schon wieder auf dem Total Ground Ehre Ähm Ach wir sind so reingekommen wie wir rausgekommen sind Okay nice Das heißt Wir können jetzt den anderen Weg gehen glaube ich Nämlich nach hier So wo lang wollen wir jetzt Erstmal wieder hier lang So Hier hoch Und dann da lang Genau Zack So dann hier hoch Und jetzt dürfen wir eigentlich schon alle haben oder? 27 27 Na übel viel Ah guck mal hier ist noch ein kompletter Weg Ah scheiße Leck mal am Arsch Wie soll man denn da hinkommen Rückweg Rückweg Ja rückweg Ja rückweg So rückweg vom Weiterweg Ja uch los Zack Ich sehe nicht wo ich hinspringe Wenn die Kamera so scheiße dreht Ja okay wir müssen hier nochmal ganz zurück Okay Sooo Ja schön alter Was war das denn jetzt? Okay aber du stehst gerade perfekt für mich Junge Und weg mit dir Danke Danke Keine Ahnung warum ich es gerade nicht hingekriegt habe da lang zu spielen Also Spring doch bloß geradeaus Nein auf keinen Fall Spiel Willst du mich verarschen? Also bräuchte Alika oder was? Hätte ich gesagt hätte ich auch so geschafft Okay So jetzt holen wir uns mal kurz das gelbe Ding Die jelbe Platte So gar keinen Bock auf die Scheiße wie ich ehrlich bin Erstmal runden durch die Gegend fliegen Aber da unten auf dem Wasser sind noch welche Ich habe gerade schon gesehen Erstmal schlückchen Tee trinken Ah lecker schon Gut falsche Richtung Ah lecker von hier ey Okay einmal in die andere Richtung nochmal Und dann den einen da oben mitnehmen Aber das dürften immer noch nicht alle gewesen sein oder? Wir waren erst bei 27 das ist halt gar nichts Wie viel sind wir denn jetzt? Bei 40 Es fehlen immer noch 4 Da oben ist noch einer Okay Egal wir haben mehr als wir haben müssen Von daher passt alles Und wir haben nur noch 5 Minuten Ich möchte eigentlich schon noch ein bisschen was machen heute Komm let's go Let's fucking go Und ich muss den Tee nebenbei ein bisschen trinken Denn der wird uns kalt und dann schmeckt der übel scheiße Und ich mag meinen Tee eigentlich schmacko und nicht bäh Oh Gott bless Ich hab's geschafft Hätte ich gekotzt wie ich das jetzt nicht geschafft hätte Okay Da langweiter Gut Hoch und weiter Hoch und weiter Okay Okay Hier rein Your tower? I've never owned a tent let alone a tower It is not my tower It is dedicated to the women who ruled here That makes it yours My father is still king He speaks for the Ura Okay es ist ihr tower Ja okay Schön hoch rennen jetzt Ich wollt grad sagen ich seh nicht wo wir hinlaufen Hallo Hallo Ja Weiter geht's Das hab ich nicht gesehen Leider Ja ja ich versuch's Äh ne Gut Erst so ne schräge hoch und dann weiterlaufen Okay hab's verstanden Ich versuch's wirklich Können die Sachen bitte nicht so plötzlich im Weg rumliegen Ich hab übrigens keine Ahnung wo wir uns befinden heute Also ob er ne Decke an der Seite oder an der normalen Ebene Ich hab nicht die geringste Ahnung Alter Das dürfte jetzt gerade Decke sein oder? Ja also legitim keine Ahnung wo wir sind Könnte Boden sein könnte Decke sein Irgendwas dazwischen Jetzt sind wir auf jeden Fall am Boden Okay Äh ne das wollte ich nicht Und wir können jetzt auch gerade nicht unterhalten Mädchen Ist grad schlecht So Servus Ich hab ausweichen gedrückt Ich schätze mal die geht gleich zu ne andere geht auf Ja komm her Ficker So wenn ich's so mache Will der mich herunterschmeißen Dann tauscht noch Position Achso scheiße okay Der versucht uns einfach zu treten Ah falsche Tasse Ah falsche Tasse Okay Au Hallo Hallo Er rollt übrigens überhaupt nicht dahin wo ich will Komm her Brudi Komm her Brudi Scheiße Kann er jetzt bitte mal hier in diese Tür kommen Was war das denn jetzt Junge Das wollte ich doch alles nicht Okay hab ein bisschen zu spät äh blocken gedrückt So Au Das ist echt nicht so geil hier zu kämpfen muss ich sagen Jetzt ist er wieder in der falschen Richtung ich könnte kotzen ey Er ist übel anstrengend gegen ihn zu kämpfen hier auf diesem kleinen Eckchen Junge Junge Das Problem ist auch Dass man sich dauernd so beschissen bewegt Ja okay Jetzt dauert das wieder sechs Minuten und ich stehe wieder auf der anderen Seite von ihm ne Was Was macht er jetzt Junge Du kannst schon wenn du willst Jetzt bin ich wieder in der falschen Ecke ey Jetzt ist er wieder Super danke für gar nichts Alter ist das beschissen Komm doch bitte her Falschtaste Hasse mein Leben Falschtaste Und wieder auf der falschen Seite Boah ist das ein schlechtes Spiel ey Ich muss gleich im Kampf unterbrechen Schön Guck mal her Ist übrigens ultra schwer den durch diese Tür gelockt zu kriegen weil der halt auch echt fett ist ne Ja Leckt mich am Arsch ey Ja Vielen Dank fürs Zuschauen Haut rein und bis zum nächsten Mal Tschüss